Servus Leute, heute bei Bauer Skills Sonntag eine kleine Schusstipp für euch und zwar wir reden immer vom Push Pull, das heißt drücken mit der unteren Hand und ziehen mit der oberen Hand. Allerdings dieses Ziehen ist unheimlich schwer für viele Spieler, auch für mich. Und jetzt gebe ich einen Tipp, wie ihr dieses Ziehen besser machen könnt und zwar versucht die Scheibe ein bisschen näher an euer Körper reinzuziehen. Schaut jetzt, die Scheibe ist relativ weit weg von meinem Körper, wenn ich die Scheibe reinziehe beim Schießen, dann kommt meine Hand automatisch raus und ich kann somit besser schießen. Noch dazu, es ist schwieriger für den Torwart, weil ich dabei den Winkel beim Schuss enden. Also zieht die Scheibe zu euch rein, dann kommt diese obere Hand zum Pull einfach besser raus. Noch nicht, den krieg ich noch. There we go.